Die AfD will ein Land, in dem sie alleine bestimmen kann, wer deutsch genug ist, um hier zu leben. Diese neuen Nazis planen Deportationen von Menschen, die ausländische Wurzeln haben. Schaut euch einfach mal um, in euren Sportvereinen, an eurer Arbeitsstelle, eurer Schule. Es wären Millionen von Menschen betroffen. Die AfD ist aufgeflogen. Parteien, die Menschen in deutsch und nicht deutsch genug aufteilt, hat die SPD sich im Laufe ihrer langen Geschichte immer entschlossen entgegengestellt. Auf uns ist immer Verlass.